Willkommen zu einem Let's Play Minecrafts auf meinem Kanal. Das ist das erste Video auf meinem Kanal. Ich habe hier gerade eine Anfangstour gemacht. Hier sieht man auch die Tour. Ja, und ich habe gerade eine Welt einfach generiert. Und hier habe ich gerade einen Berg gefunden. Hier baue ich gerade mein Haus. Aber ich habe gerade nur das Anfang. Keine Angst. Und ja, da hinten sind Villager. Das sind richtig viele Mien. Und ja, ich werde die auch mal machen. Für alle, die neu sind auf meinem Kanal, ich werde auch Tutorials machen. Und andere Spiele, wie zum Beispiel Co-Simulator oder so. Äh, ja. Und... Oh shit, ich muss Bäume holen. Und sie können immer... Und ich habe das halt schon seit drei Jahren Minecraft. Das Spiel ist nicht so ein ganz anfänger. Äh, PvP-Videos. Also mit anderen Leuten kommen auch noch Videos. Aber da werden die, äh, Bücher mal geteilt. Weil ich halt nur, weil ich halt, ähm, lokal mache dann mit denen einfach. Das heißt nicht, online mein ich. Und wenn ich denen auch per PvP, PvP-Videos machen. Wie zum Beispiel, also ich sag, ich sag jetzt mal, das wäre mein Freund. Sekunde. Wenn ich auch Frauen würde mit den Schiff... Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh versetzen so arm glaub ich bin der 1.9 oder 1.8 das weiß ich gerade gar nicht mal auf jeden fall habe ich gerade viel hunger verloren ich glaub das wird nichts mehr heute so dass dieses erste let's play wird nicht so lange dauern wie die anderen let's play ist halt also von mir die werden nämlich so 15 minuten dauern und jetzt muss ich erstmal so 10 minuten oder 5 also keine ahnung viel weil dieses video läuft schon 2 minuten das ist immer lang oh Gott ich hab sogar zum Glück Fackeln U HIP KOMBOS TODES hä ach so bum 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 oh nein warte ich hab zwei Wolle ja das ist die letzte die ich brauche oh mein Gott schon einfach nur jetzt wieder hoch in die Basis von uns äh irgendwie hab ich am Anfangsvideos schnell geredet zu meinem Fall und und teilweise auch mein erstes let's play und video auf meinem Kanal ist johannlp 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 ja und da gehen wir jetzt mal wieder auf unseren großen Berg das ist nur eins aber ich nicht so viel verbrauche nämlich so 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 mein Gott Creeper Creeper ach scheiße dieser Arsch ich hab einfach nur noch richtig wenig Leben Alter geh weg Alter ich kann nicht PvP in der Nacht unfair aus schreien Alter ja ich hab noch ein Herz Junge ich will doch nur einen Baum haben damit ich endlich ein Bett bauen kann also wie schon gesagt das Video wird nicht so lange dauern Junge scheiß Spinner nein 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 ne geht nicht Spinner weißt du was das geht nicht wenn du mich tot ist weil das ist unfair weil ich Let's Play machen will ja kapiert ok dann ist ja gut ich werde jetzt die Spinner Ease getrackt mit meiner Hand kehren don't know du hast keine Chance gegen mich wenn ich mit der Hand kämpfe es war jetzt nur Probe durchlauf oh 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 es lässt mich ja nicht mal zu reden hey Pussy komm schon er ist jetzt 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 Ease getrackt mit ja 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 eck ah ja ja oh ich bin dort guck komm 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 Nein! Scheißausch! Scheißausch! Nein, lauf, 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 lauf. Nicht meine Sachen, die spawnen, nicht meine Sachen, die spawnen! Nein! Nein, werdet ihr nicht, ihr werdet nicht spawnen! Alter, ich kann den schon viel... Okay? Juck! Gut, ich hab Stöckel eingesammelt. Jetzt kommt die Hit-Combo des Todes und Tod! Da hinten ist ein Zombie. Ich will nur mein Zeug einsammeln. alle so schließlich er schweißer 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 die berühmte war es ja ich hatte noch zurück verkündet morgen abhängig im das schweißer stecken und er hat vorliegen guter Move, guter Move so jetzt kannst du abkauen, 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 abkauen so, das lief ja ganz schön gut ne tschüss Mr. Creeper, scheiße Mr. Creeper der bezahlt nicht sein Mieter scheiße, ich kann dir auf unser Haus Monster Spawn, ja jetzt haben wir ein Problem oh mein Gott, da ist ein Creeper das ist der Creeper nein, ich muss die Facken rausholen jetzt die Schaufel rausholen die Schaufel okay, Kombo, Kombo, Kombo ich muss die Kombo schon, dann kann ich die beiden killen aber Zomi mal zwei Damage gut, alter jo, ich hab Schiss alter, so schnell alles scheißegal, einfach nur pennen Video dauern sieben Minuten, ich werde zu zehn Minuten verschränken upsie, sie können mal so, ich hab da unten Creeper gesehen hallo cool check erster Tag in Minecraft als Play überlebt also, die erste Nacht äh, ich schätze fast also, das war ähm, sehr ominös also, ich würd sagen scheiße, wir können auch Schaufel bauen ach, ich platz einfach mal hier anbauen ich platz einfach mal hier anbauen ich platz einfach mal hier anbauen so jetzt hab ich schon mal wenigstens einen kleinen Plan schweigst du? schweigst du? ja, gut das habe ich nicht wert essen ja so Leute, ich finde ich würde sagen, das war es mit der ersten Folge Minecraft Let's Play und das erste Video auf Minecraft